Hallo Leute, es geht weiter. Ach das Let's Play. Hund ist versorgt. So, mal gucken wohin. Wir waren da oben. Gehen wir da rüber. Schauen wir mal was da oben so geht. Okay. So. Ja nehmen wir mal den Bereich. Wir brauchen ja irgendwie diese Super-Ministers. Die grünen. Damit wir mal in diese Türen reinkommen. Ja. Immer mal gucken. Was denn hier noch so teilweise gibt. Guck. Da wird auch mal wieder ein Zugang. Was ist das? Space Jump. Ja. Boah. Ja. Was bist du? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich denke, wir können das gut überholen. Was ist das? Nein? Bitch! Langsam weiß ich's raus mit der Tasse. Da haben wir dich. Ist nicht wahr. Wie fett ist das denn? Ist nicht wahr. Wie geil ist das denn immer? Was? Waaaaaah! Oh, der ist weg! Oh, der ist weg! Oh, der ist weg! Was ist denn immer für Viecher? Ah, okay, dann krieg ich dich auch. Komm schon! Scheiße! Die sind keine Flügel da. Na, hoffentlich war's das. Sonst wird's echt ne enge Nummer. Puh! Teil ist Teil, ey! Herrlich! Mal wieder schön überrascht worden. Und... Das Bronus-Teil hier, das kann ich sehr gut gebrauchen. Was ist das denn? Das sieht so auffällig aus. Hm? Hm? Das war aber auch. Jetzt kann ich alles schön erforschen, alles klar. Oh! 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 Hier die Ecke mal wieder sein. Oh! Äh! Tadaa! Schauen wir mal in die andere Richtung. An der Seite. Okay. Es ist natürlich die Frage, ob ich da unten wirklich wieder hin muss. Ansonsten speichere ich jetzt erstmal ab und lasse das kleine Video aus. Zwischen-Ding mal drin. Ja, so machen wir das. Bis gleich. So, dann bauen wir mal wieder. Ich lasse das jetzt einfach mal zusammen. In einem Video. Ich denke, das macht mehr Sinn. Dann muss es auch ein bisschen länger. Und... Ich muss nicht die ganze Zeit das nächste Video warten und da rumsetzen. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wohin wir müssen. Weil da unten rechts, also wirklich da unten, dann komme ich nicht weiter. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ich mache irgendwas verkehrt. Von daher... Geh mir einfach mal in die Bereiche, wo ich bisher noch nicht weiter kann. Oder wenn wir ja mal schauen. Ich kann doch sowas offen hier. Ja, siehste. Aber was hat das denn dazu gedeutet? Dass ich da überhaupt so lang kann? Soll das so sein? Alles hat doch seinen Grund. Jetzt müssen wir schauen. Ich brauche hier einen langen Grad eigentlich. Ich kann keine Ahnung. Dann gibt's noch ein paar Sachen, die ich erledigen kann. Von daher... Ich schreie es auf... Das Ding unten rechts. Ziemlich nicht. Das ist doch alles. Ein wie ... Ein wie ... Ein wie ... Ein wie ... Ein ... Ein ... Ein ... Ein ... Ein ... So, machen wir es mal so. Ja. Das sieht doch gut aus. Ich komme hier noch mal ein bisschen weiter. Oh, düster. Ähm, äußerst düster. Hier, da reicht wieder, ne? Oh, alles klar. Lass mich raten, der kommt da hier, ne? Was ist das? Oh, fuck. Scheiße. See ya, guys. Fuck. So langsam komme ich zurecht. Ich bin optimistisch. Das wird. Ohne Controller. Warte mal, von hier komme ich. Okay. Dann gehen wir doch mal weiter. Das ist natürlich jetzt so ein Ding hier. Alles dunkel. Aber schockt. Ja, ich füge hier mal durchzukommen. Man muss das auf jeden Fall, den Raum ein bisschen dunkler haben oder ein gutes Display auf dem Handy, damit man das jetzt auf wenigstens ein bisschen was erkennen kann, weil das ist äußerst dunkel. Na, da geht's weiter. Ich kenne noch die Dricks hier. Oh. Mann. Hm? Was soll die Kacke gehen? Ha. Okay, das bedeutet wieder ein bisschen Ärger. Wo bin ich denn jetzt hier oder nicht? Okay, gut. Da geht's gleich zurück. Da müssen wir wohl kämpfen. Nützt nix. Nein. So. Komm her. Wo auch immer du bist. Oh, vielleicht wäre ich ein bisschen irgendwie gar nicht so verkehrt. Ah, scheiße. Genau das. Meint dich doch. Das kommt ja nicht hier, ey. Jetzt muss ich diese Scheiß-Dwelle wegkommen. Scheiße. Scheiße. Das geht sonst nicht. Das wird eine enge Nummer. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Knapp, Pause. So, Pause vorbei. Geht direkt weiter. Auf jeden Fall mal der Raum abspeichern. Ich habe keinen Bock, dass ich das irgendwie verliere im nächsten Kampf. Weil, wie man sieht, wird man hier immer überrascht. Was natürlich richtig cool ist, aber man muss aufpassen. So, ich habe nur sechs Metroils hier auf dieser Ebene, die ich hier befinde und daran zerstören muss. Was seht ihr das? Da muss ich irgendwie hin. Die kommt nicht da hin. Die kommt nicht da hin. Aber auch nicht, um weiter zu kommen. Ich will das haben. Komm mal, hier könnte ich irgendwie... Knapp, 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 Knapp. Da oben kann ich längs. Das heißt, ich müsste... Nein! Hund, hör auf! So. Das geht nicht. Leckerlis klauen. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie kommt mir denn hier überhaupt hier irgendwas? Das sieht schlecht aus. Das ist nicht gemein. Hier macht's auch keinen Sinn. Hm. X-Faktor. Unfassbare. Ich geh erstmal weiter. Und versuch mich irgendwie anders. Andern bei Dick. Was ist da irgendwie... Was ist da irgendwie... Was ist da so ein Fiegel? Auch nicht, auch nicht im Test-Medien-Bereich, aber da hinten kann ich doch mal schauen. Gerade in die es sich ergibt. Aber die Stelle hier gerade eben, finde ich auf jeden Fall richtig nice. Das war echt ein cooler Effekt, also, das muss man schon sagen. Jetzt mal gucken. Ruschern wir hier mal rein. Oh, scheiße. Oh, whoa, 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 whoa. Shit. Come schon. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Oh. Okay. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier so rum wieder oder nicht? Jawohl. Jawohl. Oh, komm. Ich kann auch nicht aufhören Ich muss weiterspielen Ja, also Zwischenresümee Hammergeil, ich muss es empfehlen Leute, zockt das Game Der gute Herr soll es nicht umsonst gemacht haben Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich noch einen nächsten schaffen würde Ja, ja, so ein Lütten Na, komm her Was ist denn so flingend? Puh Na, na Wohin geht's? Das packe ich nicht 25, ne, das schaffe ich nicht Da muss ich zurück Das tut mir leid, Leute Aber Da verreck ich Aber richtig hart Wo ist denn der nächste Speicherpunkt? Hm Ich geh hoch, speicher schnell und dann Mach ich ne kurze Pause Und dann Killen wir das Biest Ja Oh Dauerschleife Ey Also Nicht gut Speicherpunkt Leute, verarscht mich nicht Da muss ich Dann muss ich erst mal kurz ein bisschen Aufladen Dann muss ich mich eben dem stellen Muss nichts Aber ich brauch mehr Raketen Wie soll ich denn da wieder rauskommen? Ja, okay Du denkst, ich kriege ein paar Raketen Dann kann ich den Das dumme Biest Auch so erledigen Das Ding Bisschen einsam Vielleicht kann ich hier auch mal kurz vorspulen Die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen 83 Ich weiß ja nicht Das reicht So Ich geh so nochmal sicher Hol mir noch einmal Ne Portion Raketen Und dann Musste das reichen Das wird reichen 99 So viel verballer ich niemals Na komm hier Das wird reichen Sehr fein. Na komm, irgendwie zum Speicherbord. Ah. Nein, oder? Doch. Scheiße. Nicht gut. Ich muss irgendwie an diese scheiß Raketen rankommen. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ja, dann kill mir erst mal die neuen. Ich weiß nicht, wie ist es da so gut gelaufen, dann müssen wir das überhaupt gleich klappen. Bloß der Raum, der ist kleiner. Da hat man nicht so viel Platz. Das erschwert das alles ein wenig. Ansonsten hau ich ab. Jetzt mal gucken. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja! Nein! Das war's wirklich! Komm schon mal hin! Jawoll! Ja! Schärfen nachdenken! Wir brauchen diese Supermessles! Nix! Wir brauchen diese Supermessles! Ich habe noch nie gehört. Wir müssen aufnehmen! So, so, so. Ich weiß echt nicht, wie ich da ranfangen soll. Ich weiß nicht, wie ich da. Ich weiß nicht, wie ich da. Ich weiß nicht, wie ich da. So, Denkpause vorbei. Also, ich... keine Ahnung. Ich da rankommen soll. Das muss ich mir irgendwie... was einfallen lassen, dass ich mal speichern kann. Hm. Ja, das muss ich mir sagen. Ich weiß nicht, dass ich mir noch etwas kommt. Ich sehe auch nicht. Dann wollen wir mal wieder zurück. So, dann wollen wir zurück zum Speichern. Dann geht's auch direkt weiter. Dann gehen wir da runter. Ah! Na? Na? Ah, wir sehen ihm so. Nervt das. Okay. So, dann speichere ich mal ab. Und dann geht's gleich direkt weiter. Endlich. So, bis gleich.